Ja, was mir im Wiesnland auffällt, wir brauchen uns nicht zerschweckeln. Wir haben vieles Gutes gemacht. Und es sind nicht nur die Dichter und Denker, sondern es sind die vielen Pademte, die von Deutschland aus und die ganze Welt nehmen, die ganze Welt auch vom deutschen Geist und von dem Geistigen, was wir geschaffen haben, profitiert. Zur jetzigen Zeit ist es natürlich besonders auffällig, dass die Politiker das Ganze nicht schützen. Sie treiben uns in den wirtschaftlichen Ruinen. Sie lassen zu, dass Patente verkauft werden. Zum Beispiel, wenn es um den Solarspruch geht.